Wettbasiswissen wie jede Woche beschäftigen wir uns mit ganz grundsätzlichen Themen des Fußballs und des Sports. Und in dieser Woche, da haben wir uns die Spielstätten der Euro 2024 einmal genauer angeschaut. Insgesamt sind es zehn Stück, neun davon waren schon bei der WM 2006 dabei. Düsseldorf ist neu dazugekommen, dafür fehlen in diesem Jahr Nürnberg, Kaiserslautern und Hannover. Ja und wir schauen uns die Stadien jetzt mal genauer an. Wir fliegen von West nach Ost durch die Republik und durch die verschiedenen Austragungsorte dieser EM und starten in Düsseldorf, wie eben erwähnt, 2006 bei der WM noch nicht dabei, jetzt bei der Europameisterschaft 2024. Dort wird gespielt in der Düsseldorf Arena, im Ligabetrieb eher bekannt als Merkur-Spiel-Arena von Fortuna Düsseldorf. 47.000 Zuschauer haben dort an den Spieltagen Platz und insgesamt werden drei Gruppenspieler, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen. Und dann hat jede Host City, so werden die Austragungsorte dieser EM genannt, natürlich auch noch Botschafter oder Botschafterinnen. Im Fall von Düsseldorf sind das drei Botschafterinnen, nämlich einmal Martina Voss-Teglenburg, klar ehemalige Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Dazu kommen Sandra Mikulaschek, eine Para-Tisch-Tennis-Spielerin und Selin Oroz, die ist Hockey-Nationalspielerin. Es geht weiter nach Köln ins Stadion Köln, sonst bekannt als Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln. Insgesamt finden dort fünf Spiele statt, vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale vor maximal 43.000 Zuschauern, wahrscheinlich vor immer 43.000 Zuschauern, ist natürlich jedes Spiel ausverkauft. Und Toni Schumacher ist der Host City-Botschafter der Stadt Köln, Köln-Legende, Torhüter, ehemaliger, klar, den kennt auch jeder. Es geht weiter in die Arena auf Schalke nach Gelsenkirchen, natürlich sonst Heimspielstätte des FC Schalke 04 im Ligabetrieb bekannt als die Veltins-Arena. 50.000 Zuschauer haben dort an Spieltagen Platz und insgesamt gibt es vier Spiele, drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, das ist übrigens auch die Mindestanzahl an Spielen und jeder Austragungsort hat auch mindestens ein K.O.-Duell. Und auf Schalke natürlich Host City-Botschafter Gerald Asamoah schon bei der WM 2006 im deutschen Kader und sowieso Schalke-Legende, also ich glaube da hat es den Richtigen getroffen. Weiter geht's direkt nebenan im BVB-Stadion Dortmund, so ist der offizielle Name während der Euro 2024 für die Heimspielstätte von Borussia Dortmund, sonst natürlich bekannt als Signal Iduna Park insgesamt. 62.000 Zuschauer haben dort Platz und sechs Spiele werden ausgetragen, vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale und Host City-Botschafter beziehungsweise Botschafterin sind einmal Annike Kran, die ist 137-fache deutsche Nationalspielerin, aktuell sportliche Leiterin der VfL Bochum-Frauen und Roman Weidenfeller, den kennt man ja sowieso, deutsche und BVB-Torhüter-Legende. Weiter geht's in Hessen in der Frankfurt Arena, sonst bekannt als Deutsche Bankpark. Eintracht Frankfurt trägt dort natürlich die Heimspiele aus und während der Euro haben 47.000 Zuschauer Platz. Insgesamt werden fünf Spiele dort ausgetragen, vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und eben unter anderem auch am 23.06. das Deutschlandspiel gegen die Schweiz um 21 Uhr. Host City, Botschafterin beziehungsweise Botschafter ist einmal Alex Meyer, SGE-Legende, klar, den kennt man sowieso und Deborah Levy, die könnte man auch kennen, ist nämlich deutsche Olympiasiegerin im Zweier-Bob als Anschieberin von Laura Nolte 2022 geworden. Wir springen weiter durch die Austragungsorte der Republik und landen in Schwaben, genauer gesagt in Stuttgart, in der Stuttgart Arena, die ja eigentlich im Ligabetrieb MHP Arena heißt, früher Mercedes-Benz Arena, natürlich Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Insgesamt haben jetzt 51.000 Zuschauer dort Platz. Warum jetzt? Ja, das Stadion wurde gerade frisch umgebaut für 140 Millionen Euro. Anfangs war, glaube ich, ungefähr die Hälfte veranschlagt, aber wie das eben meistens bei solchen Bauprojekten ist, kam dann am Ende ein bisschen mehr raus. Host City, Botschafterin beziehungsweise Botschafter in Stuttgart ist einmal Ellie Seitz, deutsche Turnerin, Europameisterin 2022 und Kakao, VfB-Legende, den kennt in Stuttgart und eigentlich auch in ganz Deutschland, so wie jeder. Und auch die deutsche Nationalmannschaft wird in Stuttgart zu Gast sein und zwar am 19.06. Da geht's gegen Ungarn um 18 Uhr. Weiter geht's im Volksparkstadion Hamburg, das tatsächlich auch während des Ligabetriebs Volksparkstadion heißt. Klaus Michael Kühne hatte 2015 ja die Namensrechte gekauft und das Volksparkstadion dann auch Volksparkstadion sein lassen. 49.000 Zuschauer werden dort an EM-Spieltagen Platz finden und insgesamt vier Gruppenspiele, ein Viertelfinale wird dort ausgetragen. Host City, Botschafter Patrick Esume, Commissioner der European League of Football und bekannter TV-Experte natürlich im American Football. Wir sind in Sachsen, genauer gesagt in Leipzig. Dort wird im Stadion Leipzig vor 40.000 Zuschauern gespielt. Natürlich sonst Heimspielstätte von RB Leipzig, die Red Bull Arena. Und Leipzig hat auch einen ganz interessanten Host City-Botschafter, nämlich Professor Dr. Jörg Junhold. Den kennt man vom Namen her nicht unbedingt, ist aber eine echte Zoo-Legende, nämlich seit 1997 Direktor des Leipziger Zoos, war auch Präsident im Weltzooverband. Also ganz spannende Persönlichkeit. Insgesamt werden in Sachsen, also in Leipzig, vier Spiele ausgetragen. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, also das auch die Mindestanzahl an Spielen. Es geht in die bayerische Landeshauptstadt nach München. Dort wird gespielt in der Fußball-Arena München. Sonst natürlich bekannt als Allianz Arena und Heimspielstätte des FC Bayern. Während der EM haben 66.000 Zuschauer Platz. Und die werden natürlich auch kommen am 14.06. diesen Freitag. Das Eröffnungsspiel um 21 Uhr, Deutschland, Schottland. Ich glaube, da freuen wir uns alle schon so richtig drauf. Host City-Botschafter ist Dr. Felix Brüch. Der ist bekannter Schiedsrichter, pfeift auch noch in der Bundesliga. Seine internationale Karriere hat er aber schon beendet und hat eben dann Zeit, sowas wie Host City-Botschafter zu sein. Insgesamt sechs Spiele in München, vier Vorrundenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale finden statt. Last but not least der Austragungsort des Finals, das Olympiastadion in Berlin. Am 14. Juli um 21 Uhr wird dann vor 71.000 Zuschauern der Europameister 2024 ermittelt. Host City-Botschafter in Berlin ist Kevin Prinz Boateng, Hertha-Legende und hatte ja auch eine ganz erfolgreiche Zeit beim AC Milan und dem FC Barcelona im Ausland. Insgesamt sechs Spiele finden in der deutschen Hauptstadt statt. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, Viertelfinale und natürlich, wie eben erwähnt, das Finale, Halbfinals, wie vorhin auch besprochen, in München und Dortmund. Das war der Rundflug über Deutschland durch die zehn Austragungsorte dieser Europameisterschaft 2024. Ich glaube, wir freuen uns alle auf Freitag, wenn es endlich losgeht. Ein Monat Heim-EM im eigenen Land. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstadien sind. Vielleicht habt ihr sogar Tickets oder seid beim Public Viewing in einem der Austragungsorte. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die EM schaut. Ich bin ein Deutscher Schaf любisch. Das ist ein Jahr haltbar.